In der Küche wird es nie langweilig, man kann immer so viel ausprobieren. Und diesmal habe ich mich für eine Bowl mit Rosenkohl und Butternusskörbis entschieden oder auch Butternut. Ihr braucht natürlich Butternusskörbis und Rosenkohl. Den Rosenkohl halbieren und zusammen mit Pichererbsen, Olivenöl, Salz und Pfeffer auf ein Backblech verteilen. Dann den Körbis auch halbieren, entkernen, schälen und in große Stücke schneiden. Und dann zusammen mit Olivenöl, Zimt und Ahornsirup auf ein Backblech geben. 20-30 Minuten im Ofen rösten, währenddessen die Hörse kochen, die fertige Hörse mit Sojajoghurt vermischen und alles auf einen Teller geben. Dazu schmecken auch Pekanüsse.